Ey Leute, hat irgendjemand ne Idee, was wir machen könnten? Nee, also ich hab überhaupt keine. Ich auch nicht. Weißt du was, Boss? Was denn? Ich hab Hunger. Und ich auch. Wir werden schon was finden. Ich hab aber jetzt Hunger, ich geh was suchen. Dann ruhig mir halt allein was zu essen, wenn man mir eh nix immer gibt. Was gibt's hier Schönes zu kaufen? Es gibt Nieren, das kann man nicht essen. Nein, das kann man auch nicht essen. Ein Roboter. Nee, schmeckt mir nicht. Das schmeckt mir alles nicht hier. Na gut, lass uns wieder gehen. Ich hab nix gefunden Leute, was wir essen könnten. Und was essen wir denn jetzt? Ich werde verhungern. Es wird sowieso jemand wahrscheinlich mal in unsere Base reinkommen, dann haben wir was. Ja genau. Und dann werden wir sie essen. Ja. Genau. Und dann werden wir sie essen. Hey Freunde, wo bleibt ihr denn? Okay Leute, lasst uns weiter gehen. Da vorne ist eine coole Hütte. Kommt schon Leute, da vorne ist die coole Hütte. Schnell. 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 Jetzt sind wir angekommen. Okay, komisch sieht's hier wirklich aus, ne? Na gut. Hab ich da was? Ich glaub ich hab da was gehört. Ich auch. Und ich erst? Okay, Blu, dann gehen wir nachsehen. Aaaahhhhhh. Mckm. Lecker. Das sind echte Stadtkönigkeiessen. Mckm. 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 Oh lecker. Aufgegessen. Ja, los, los, grün jetzt, du, hör, essen. Lecker gegessen, ne? Was jetzt, du? Lecker, das war echt lecker. Lecker, 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 lecker. Okay. Okay, also jetzt erst gehe ich mal schlafen. Wer geht auch pennen? Ich und ich. Okay, tschüss Leute, ich gehe dann mal schlafen. Ich gehe jetzt auch schlafen, grün, ich bin auch müde. Weißt du, ich bin eigentlich auch müde. Da schlafen sie. Die drei kleinen Freunde. Und im nächsten Part sehen wir, wie es weitergeht. Und dann jetzt, wieierkah man mit mir weitergeht. Und dann natürlich noch mal которую herum실. Verdammt, voll dzień.